In einer der ersten Issues des kanonischen Darth Vader Comics erfahren wir, wie ein mächtiger Jedi-Meister Darth Vader fast getötet hätte. Diese kleine Story werde ich euch in dem heutigen Video vorstellen. Außerdem läuft das Gewinnspiel immer noch, in welchem ihr zwei Gutscheine von deinem Design in einem Wert von 50 Euro gewinnen könnt. Dafür müsst ihr nur diesen Kanal abonnieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ein mächtiger Jedi-Meister schaffte es Vader nach der großen Jedi-Säuberung auf einem unbekannten Planeten aufzuspüren und fast zu vernichten. Der Jedi-Meister wollte seine gefallenen Brüder und Schwester rächen und machte Vader für die Vernichtung des Jedi-Ordens sowie den Tod von über 1000 Jedi-Rittern verantwortlich. Vader nahm diese Anschuldigung relativ gelassen zur Kenntnis und so war ein Kampf auf Leben und Tod unausweichlich. Dass dieser Jedi-Meister viel mächtiger als seine bisherigen Feinde war, konnte Vader natürlich nicht ahnen. Nach einem kurzen Lichtschweck-Kampf zwischen dem Jedi-Meister und dem Sith-Lord verschoben sie das Duell auf einen unbekannten Berg. Schon früh wurde klar, dass dieser Kampf durch ein reines Lichtschweck-Duell nicht entschieden werden konnte, da die beiden Machtnutzer auf einem ähnlichen Niveau waren. Allerdings leitete der Jedi-Meister danach seinen ersten Machtstoß ein und versuchte Vader mit Hilfe des Wassers zu ertränken. Der Sith-Lord konnte seinen Angriff allerdings mit leichten Schwierigkeiten widerstehen und danach merkte Vader, wie mächtig der Jedi-Meister eigentlich war. Dank seiner Ortskenntnis und großen Macht war es ihm möglich, vogelartige Wiesen auf Vader loszuschicken, aber auch mit diesen machte Vader kurzen Prozess. Anschließend schleuderte der Jedi-Ritter mit Hilfe des Machtschubes Vader in die Tiefe. Der Jedi-Meister ging davon aus, dass er Vader bezwungen hatte und machte sich auf den Weg nach Ambalera City, wo er der Anführer einer kleinen Gruppe von Widerstandskämpfern war. Doch Vader war noch nicht tot. Er folgte unauffällig dem Jedi, der ihn direkt in seinen Versteck führte und dort schlug Vader einen nach dem anderen ab. Als Vader alle Rebellen erledigt hatte, ließ er seiner Wut freien Lauf und vernichtete die Kommandozentrale mit Hilfe einer riesigen Welle, die ebenfalls den Jedi-Meister mitzog. Vader schaffte es, den bislang wohl herausforderndsten Gegner so zu besiegen. Aber das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.